Na klasse, ich hab ne Boss-Tür gefunden und ich hab's nicht gewusst. Oh Gott, Tiamat. Dann bin ich mal gespannt, wie die aussieht. Wenn du käuflich bist, Alter, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Meine Bedingungen werden dir nicht gefallen. Tiamat. Ziemlich hässlich, das Ding. Ich wundere mich bei dem Spiel, aber allgemein nicht. Ach, verdammt. Ein gutes Ende für dich, Alter. Friff das. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ich dachte, ich hätte das doch. Wow. Wow. Au. Ich hatte das doch. Krieg Names und schmeiß es auf sie. Moment. Moment. Ich soll das Ding noch auf sie schmeißen, oder nicht? Zack. Alter, ich soll das doch. Wow. Au. Ja klar, ich wollte ja noch einkaufen gehen, aber man hat mir auch nicht gesagt, dass es ne Boss-Tür ist. Au. Alter, so ein Schmarrn. Ne, tut mir leid. Ne, ne, ne. Laden. Natürlich kann ich nicht. Natürlich kann ich nicht. Ich muss erstmal wahrscheinlich Game-Over gehen, damit ich nochmal einkaufen kann. Wow. Wow, schnell weg. Ach, ey. Mann, ich will eigentlich überhaupt kein Game-Over in dem Spiel. Und zack. Natürlich, die Bombe hält nicht. Und zack. Oh, schnell weg. Ach, Krieg. Oh. Sag mal, was soll ich denn jetzt bei dir, bei der tun? Au. Und zack. Und weg. Ich besiege die mal lieber an. Hier gibt es ja überhaupt niemanden, dem sie irgendwie schaden könnte. Und zack. Au. Kannst du einsetzen. Und weg. Ja, toll. Und zack. Und weg. Treff ich die überhaupt? Und zack. Und schnell weg. Nr, weg. Nr, weg. Krieg. Wow. Oh, Mann, ey. Das kostet mich immer noch ein. Ich wollte nochmal einkaufen gehen. Ach, da lässt du mir mal auch mal was machen hier. Natürlich nicht. Ich lässt die mal hier irgendwas machen. Aber man hätte mir auch mal... Wow. Au. Also, was soll ich denn bei dir machen? Au. Ich bin tot. Nein, doch nicht. Wie viel habe ich denn noch? Ja, toll. Sehr viel. Ey, komm, erledige mich. Dann darf ich doch wenigstens einkaufen gehen, oder? Erledige mich. Hallo, ich bin hier. Hallo, tötet mich mal. Ich bin hier. Sag mal. Da will ich mich... Ja, will ich mal, dass du mich tötest? Okay, jetzt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich darf mal wieder den Boss allein bekämpfen, ohne einkaufen zu gehen. Sehr sozial, Spiel. Sehr sozial. Sehr sozial. Und dabei meine ich... Fick dich doch. Ich hätte abspeichern sollen, aber ich habe keine Lust, jetzt alles normal zu machen. Ach, verdammt, 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 verdammt. Na toll. Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust drauf, obwohl... Nee, wir machen es mal anders. Starte ich dann in der Boss-Tür? Hoffentlich nicht. Herr im Himmel, lass mich nicht am Boss-Tor starten. Lieber danach, damit ich wieder einkaufen gehen kann. Bitte. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es jetzt eine ganze Boss-Tür ist. So, dann wollen wir nochmal... Spiel laden. Soll ich noch mal eine... eine gute Sitzposition finden? Scheiß drauf, ich will einfach nur weg von hier. Ja! Ich darf natürlich nicht einkaufen gehen, und hier gibt es überhaupt keine Vulgrim-Position. Ganz ehrlich, weck mich doch, Spiel. Geh weg, Katzi, geh weg. Nein, keine Einstellung, ich... Nein, was Priebs da zu speichern? Ich habe doch überhaupt nichts getan. Tut mir leid, ich bin aber gerade etwas genervt. Ach, Diamant. Ich weiß doch schon, ich soll das Ding auf sie werfen und dann anzünden. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Alter. Das ist mir total scheißegal. Nimm das. Alter, wo ist denn das Ding jetzt? Hallo? Wow, schnell weg. Okay, ich wollte erstmal ihr Angriff-Muster kennenlernen. Jetzt greift sie nochmal an. Und tschüss. Und jetzt hat sie eine Ruhe-Pause. Wow. Wow. Habe ich jetzt getroffen, oder nicht? Okay. Die galt an. Oh, die trifft mich gar nicht. Okay. Jetzt wieder... Schon wieder gegen die Säule. Hallo? Oh, jetzt kam die Ruhe-Pause. Natürlich dann, wenn ich es nicht merke. Okay, jetzt greift sie wahrscheinlich wieder an. Genau. Und zack. Hey, schon wieder nicht. Zack. So, jetzt kommt die Ruhe-Pause. Wow. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte es eigentlich ganz anders. Ja. Schon wieder gegen die Säule. Mach das ruhig. Ich habe kein Problem damit. Ach, Mann, ey. Krieg. Schmeiß das. Wow. Schnell weg. Wow. Das war knapp. Und mal wieder nicht getroffen. Okay. Soll ich die erstmal so angreifen, oder wie? Vielleicht denke ich erstmal zu kompliziert. Wo? Schnell weg. Schnell weg. Au. Nein. Und... Weg. Au. Da war ich, die geht wohl nicht gut, wie? Dann ist der weg. Äh, ja. Wow. Alter, was soll ich bei der machen? Die Dinger schmeißen kann ich ja nicht auf sie. Ey, jetzt hat sie die Säule kaputt gemacht. Wow. Alter, ich hab echt keinen Plan, was ich bei der machen soll. Ah, zack. Und weg. Und weg. So, mach nochmal. Und weg. Ah, zack. Wow. Okay, ich kann die doch so angreifen. Ich dachte, das geht nicht. So. Und tschüss. So, jetzt aber, komm schon, das reicht noch. Und zack. Natürlich gegen die Säule. Die spart gegen die Säule und ich werf gegen die Säule. Komm, bleib hier stehen. Oder geh an eine andere freie Stelle. Komm schon. Und tschüss. Und zack. Hat das das eigentlich irgendwas... Hat das irgendwas gebracht, oder hat das jetzt überhaupt kein Schaden gemacht? Und weg. Wow. Und nochmal. Und tschüss. Ja doch, sie blutet. Das heißt, es muss doch irgendwas bringen. Dann kommt das mit dem Bomben wohl später. Das heißt, erst mal ausweichen. Und dann die Kotzfinger auf sie schmeißen. Und tschüss. Äh, Krieg. Oh, bitte. Und ausweichen. Oh, ne, sie hat nicht getroffen. Wahrscheinlich war die Klingel im Weg. Oder wieder eine Säule. Wäre auch mal gut so. Und jetzt wieder schießen. Aufladen. Und jetzt hat sie wieder ihre Pause. Und auf sie werfen. Und tschüss. Ne, ich glaube, das mit dem Bomben kommt wahrscheinlich später. Wahrscheinlich soll ich sie erstmal auf Distanz angreifen. Und tschüss. Wieder so machen. Und mach ein... Moment. Und tschüss. Ne, warte. Wieder zwei Bomben. Wieder doch zwei Bomben. Wieder soll ich das doch so machen. Ich gehe das, glaube ich, alles viel zu falsch an. Natürlich, doch. Das funktioniert so. Da. Dann kippe ich mein Leben wieder her, hätte ich mir schuldet. Boah, schnell weg. Ihr bleibt mir wahrscheinlich an. Ja. Okay, gut. Okay, ich weiß doch, wie der Postkampf verläuft. Bomben auf sie schmeißen. Das hast du schon mal gesagt. Und das war Quatsch. Obwohl, ne, war's eigentlich nicht. Und bitte. Wow. Okay, das kannst du jetzt auch noch. Hab ja schon verstanden. Aber hey. Denn hier... Wow, hey. Gib mir doch mal ein bisschen Zeit zum Ausweichen. Und wo war das? Wow. Oh, das krieg. Oh. Das war knapp. Ich frage mich, ob ich das noch bei ihr machen muss. Okay, jetzt hat die ihre Ruhe Pause. Wow, ist weg. Wow, das war knapp. Okay. Okay. Du musst sie doch irgendwie an sie rankriegen. Ja. Oh, da sind die Bomben. Ja, komm schon. Yes. Komm mal her, du. Und zack. Boah, schnell weg. Und weg. Nicht, dass ihr noch ein bisschen Flügel trefft. Wow. 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 Okay. Wow. Okay. Jetzt wird die kratzig. Au. Ach, bei dem muss ich also springen. Bin hier. Au. Okay, mit dem Schwanz. Also auch noch. Wow. Und weg. Au. Au. Heilen. Alter, das... Das war knapp. Wow. Alter, ich hab doch gedrückt. Wow. Ich hab eigentlich gedrückt. Was sollte das? Und weg. Ui, äh, ja, okay. Da soll ich also weg von hier. Hab ja schon verstanden. Noch Bomben hier. Geh weg. Falke punched in the face. Und das auch noch. Jetzt geh weg. Au. Boah, schnell weg. Au, Krieg, Krieg, Krieg. Au. Oh, verdammt. Ich hab das Gefühl, ich überlebe nicht lange. Das liegt aber auch daran, dass ich überhaupt keinen Händler hier gefunden hab. Au. 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 Oh, nein, 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 nein. Nein. Ach, ey. Ich glaub ja nicht. Untertitelung des ZDF, 2020